Mit Shipper Arts & Crafts erfolgreich malen. Indian Summer, ein Rausch der Farben und einzigartiges Herbstspektakel der Natur. Ein Kunstwerk, ein Bilderbuch, wenn die Bäume glühen und überall in Orange-, Rot- und Gelbtönen leuchten. Und wenn an sonnigen Tagen des Herbstes sich die kunterbunten Bäume in allen Seen und Flüssen spiegeln, dann verstärkt sich das Phänomen zu einem faszinierenden Naturschauspiel. Indian Summer, ein herrliches Motiv für den Hobbymaler, der die Stimmung des Herbstes liebt. Das Gemälde ist ein Tryptychon, ein dreigeteiltes Bild im Format 50 x 80 cm. Malen nach Zahlen funktioniert ohne Farbmischen. Dazu gibt es einen Ersatzfarben-Service. Eine fühl- und sichtbare Leinenstruktur für den gewünschten Öl-auf-Leinwand-Effekt sowie Acrylfarben auf Wasserbasis machen das Mal-Erlebnis perfekt. Mit der Malen nach Zahlen-Methode kann jeder schöne Bilder malen. Hierzu müssen einfach alle konturierten und nummerierten Flächen mit Farben der gleichen Zahl ausgemalt werden. Viel Vergnügen mit Shipper Arts & Crafts Malen nach Zahlen.